Hallo und herzlich willkommen zu 2, 3, 1, B 2, 3, 1, B Liebe Freunde, die haben wieder geschafft. Ihr seht hier ein anderes Setting ein bisschen. Ich hab ein bisschen umgeräumt. Und so sieht das jetzt aus. Eine Veränderung. Ich hoffe ihr überlebt es, liebe Frau. Eine Veränderung? Tisch von hier nach da. Klar, mega geil, man. Alles klar, wir haben uns heute wieder versammelt zum besten Format auf diesem Universum. Auf dem Universum vor allen Dingen. Und wir sind natürlich da, um euch wieder was Schöne zu präsentieren. JJ hat wieder was eingeschickt. Nee, nee, JJ hat uns wieder eine Wette rüber geschickt. Nicht eingeschickt. Das hört sich immer sooo an. Stimmt, alle.